Hallo, ich begrüße dich zu diesem Video Besser fotografieren jenseits von Technik. Dieses Video ist erstmal ein Werbevideo und wenn du darauf keine Lust hast, kannst du dir einfach sofort abschalten. Der Titel ist natürlich sehr verdichtet. Ich habe zu dem Thema schon mal ein Video gemacht, allerdings auf einer sehr hohen Flughöhe. Und jetzt gibt es ein Angebot, an dieser Stelle nochmal tiefer zu gehen. Das Video, was ich schon gemacht habe, verlinke ich dir mal hier rechts oben. Über bessere Fotos und besser fotografieren wird viel diskutiert und dazu gibt es eine Menge Content auch auf YouTube. Meist geht es dabei aber um die Frage der Technik. Mit welchen Kameraeinstellungen kannst du bessere Fotos machen? Mit welchen Kameraeinstellungen kannst du die fotografische Herausforderung, die du dir gestellt hast, meistern? Ganz selten wird in diesem Zusammenhang über die Wirkung der Bilder und das Ziel des fotografischen Schaffens gesprochen. Über die grundsätzliche Denkweise, die wählt sich der Fotografin, des Fotografen. Ich spreche hier vom künstlerischen Paradigma der Fotografie. Letztlich geht es um die Frage, was macht ein gutes Foto wirklich aus? Mit welcher Haltung machst du ein Bild und mit welcher Haltung bearbeitest du ein Bild? Aus meiner Sicht fotografieren next level. Um gut fotografieren zu können, musst du das Handwerk, also die Technik und auch die dazugehörigen Prozesse beherrschen. Und je besser du dein Handwerk beherrschst, desto besser kannst du fotografieren. Aki von Aki Graphie hat dazu ein aktuelles, sehr sehenswertes Video gemacht. Auch das Video verlinke ich dir auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Was gibt es noch, was dir hilft, bessere Bilder zu machen oder dich fotografisch weiterzuentwickeln? Zu diesem Thema wird es in der Nikon User Community einen zweiteiligen Vortrag von mir geben. Mit einer kleinen Gruppe von Teilnehmern wird der durchgeführt und die Veranstaltung in der Nikon User Community, die ist interaktiv angelegt. Und daher findet dieser Vortrag per Zoom statt. Einmal am Sonntagabend um 19.30 Uhr und dann der zweite Teil am Dienstag um 19.30 Uhr. Am Sonntag geht es dabei schwerpunktmäßig um die Fotografie und am Dienstag darauf aufbauend geht es um die Bildbearbeitung. Beide Vorträge werden aufgezeichnet und können von Mitgliedern der Nikon User Community angeschaut werden. Und da das auf Zoom stattfindet, können wir natürlich auch diskutieren und du kannst Rückfragen stellen, die wir dann quasi persönlich beantworten können. Wenn dich das interessiert, kannst du für 6 Dollar im Monat Mitglied der User Community werden. Du kannst die Mitgliedschaft jederzeit kündigen und wenn du kündigst, kannst du trotzdem auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsteigen, wenn es was Interessantes für dich in der Community gibt. Ich bin gespannt, ob das Thema was für dich ist. Sehen wir uns in der Nikon User Community?